jo leute und damit willkommen zurück zu see of stars ja nachdem wir beim letzten mal ja auf die seense gekommen sind und noch das schiff bekommen haben er direkt was dann zurückgetreten und es geht zum dorf jetzt geworden irgendwie so naht und ja ich weiß gar nicht was wir jetzt machen sollten ich schon wieder vergessen tage her bei tage ist ungefähr vier tage vier tage und jira der konstrukteur valerie und sie können die mir vielleicht helfen ich denke mir das könnte ein paar annehmlichkeiten brauchen aber ich weiß nicht weiter wisst ihr kleine häuser zu bauen ist nicht schwer dafür komplizierte bauten bricht mir wohl pläne bringt ihr sie zu mir wenn ihr welche findet mehr ist würde davon sicher profitieren 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 sie erinnert mich an euch beide als ihr noch jung wart moraine moraine was ist deine lieblingsfarbe magst du tiere hast du viele freunde was ist du am liebsten moraine oder moraine wusstet ihr dass moraine ist ein alter krieger der sonnenwende und er war sogar ein meister oder so hey wir haben jetzt eine tor einen dorf ältesten ich würde sein haus gleich weiter gleich hierhin bauen sieht ihr es euch später an ok da kommen wir natürlich nicht rein toll ist alles so hart gegen dass alle so hart gearbeitet haben das nenne ich überzeugung und hingabe kommt seit längst vor ein neuer weiß wir haben einen dorf ältesten mess fühlt sich schon so echt an endlich 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 ein neubeginn nachdem ich in brisk fast alles verloren habe ja jetzt wo alle eine bleibe haben können wir überlegen was wir mit mir ist vorhaben ich sollte mir die kraft nördlich der stadt ansehen einige leute waren dort und sagten sie wäre beeindruckend das hat cool gemacht fühlt sich gut an mal wieder über routine kram nachzudenken da waren wir noch gar nicht drin es liegt immer noch viel arbeit vor uns aber das hier ist wirklich eine gute sache ich bin so froh dass ich hierher gezogen bin gleich als ich den kiefer kieferndorf auch fühlte ich mich zu hause meine güter und jetzt eine wohlverdiente pause was bringt das hier hoch zu gehen ach dachte was okay okay verstehe dann können wir uns ja verziehen hier oder guck mal was bringt das irgendwas ist doch hier oder umsonst können wir hier doch nicht hin umsonst können wir hier doch nicht hin oder doch einfach umsonst okay hier können wir auch nicht weiter können wir einfach nur rein bereit die säge zu setzen na klar Jolande sagt die mannschaft hätte alles soweit repariert ich schätze wir haben jetzt wohl bei bedarf mehr feuer kraft serai lernt den ultimativen angriff kanonen der abendlichen fülle den ultimativen angriffspiken indem du im kampf combo punkte ausgibst okay da bin ich aber gespannt was da passiert große archive natürlich und so wurde die stadt meers gegründet wenn jene in brisk verblieben die sich um den wiederaufbau der einst prächtigen stadt kümmern wollten mit hängenden kopf mit hängenden köpfen aber keineswegs geschlagen segelten valerie sehr egal und serai zur wächterinsel um das orakel der gezeiten zu finden sollten sich die sollte sich ihr wille als stark genug erweisen wird der inhalt der nächsten wird der inhalt der nächsten kapitel bald geschrieben werden ich hab's recht mit lesen schon wieder heute meine güte naja passiert weil ich habe es ja jedes mal das ist dafür in den seien kann man gar nicht rauf und da sollen wir hin okay können wir auch woanders hin ja ne ich will mal gucken ob wir auch woanders hin können das ist wieder die sinsel das ist die das ist das hier ja nichts machen oder müssen wir da echt hin scheint halt so denn 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 okay das ist ein volkan das ist ein volkan ne müssen wir nicht ich kann mal gucken schwebelbecken mhm was haben wir denn hier du hast einen felsen kann eine felsengarnele erhalten wow 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 ist ja nicht nur die die schwebelbecken ohne dass da ist wenn du sie in der in der die mono in der in der in der mit Boah, der Lava-Koi ist so mies. Mist. Na komm hier. Hab dich. Ist drei Stück für. Ist egal. Aha, ist nichts weiter. Okay. So. Und da haben wir die beide. Was machen wir hier überhaupt denn? Oh, da müssen wir so rüber gehen, wie es gezeigt wird. Bang, bang. Aber mach es so kurz. Bläh, nee, nee, nee. Späuchern. Was haben wir hier? Pilze nur. Ach, momentan ist hier schon mal noch nichts. Na gut. Sind's wieder an, an der Insel. Joa. Ich will auch noch mal was anderes gucken kurz. Ups. Dun, 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 dun. Nö, nö, nö. Zack. Korallen-Fächer. Äh. Korallen-Fächer. Ach so, die Viecher. Tschüss. Ähm, ja. noch was gewesen oder so? Noch ein Spächerpunkt, genau. Guck mal. Flopp. Floppflopp. Wahrscheinlich wieder alles da, ne? Kann man das auch wieder nehmen? Natürlich. Fischsuppe. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Hui. Hui. Äh, genau hier lang. Flopp. Zum Glück gibt's hier solche kurzen Wege nach oben wieder. Hui. Ding. Hui. Das ist geil gemacht. Um irgendwo hochzukommen. Hui. Nu, nu, nu. Und noch oben? Und. Dun, deles, dem, die. Dem, du, du, du... five crittern. so war das gucken guten tag kriege das haben wir denn seit ihr wird ihr uns geholfen hat läuft es mit mal kommen und gut okay man das war nur das ich will mal gucken ob wir zurückkommen jetzt bin ich auch nur hier lang und diese abkürzung jetzt hier uns ja beobachtet ist hier mit einem aufgetaucht boing was war okay den 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 extra steht still und erwartet einen zauberrad Jetzt. Yay. Und tschüss. Das ist schon so cool, ne? Boing. Hallo. Da sind wir wieder. Was ist denn das da? Nice. Das ist geil. Wie kommt man in den Sonnenwänden rein? Hat da irgendwas besonders drin? Elf am Mesh rein Schlüssel. Okay. Äh, ja. So. Das war das. Ah, ja. Dün, dün, dün. Dün, dün. Kriege ich das denn am besten jetzt wieder hin? So. Dün. 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 Wir müssen das hier drauf kriegen. Hm. Okay. Ist gar nicht so schwer. Oder doch. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? mhm. Okay. Warte mal. Ich muss dann was, muss ich hier vielleicht alles auffüllen? Kann das sein? Dün, 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 dün. So. botenzielle. Aber. so noch mal die markierung nehme ich wenn er ihnen soll lernen kowski sondern sonderrang ok sind rätsel die wo man machen muss um was anderes zu öffnen kann das sein dass man so eine schreine machen muss und speichern sonderrang kommen wir Tage wieder oder nicht ok ok nice jetzt kommen wir da aufs boot drauf sind wir eigentlich hier unten jetzt kommen wir einfach so rauf ok das ist schon mal nice das ist nice nur weil wir das Rätsel gelöst haben brauchen wir uns nicht immer so schmeißen lassen können wir mit dem Schiff rauffahren also hinfahren und dann anlegen und hoch da da war nix mehr ne ne ach ja verboten teachers p lifespan ich sollte exemple haben wir denken schon wieder raus ne Ist ja nicht, kein weiter Weg gewesen. Genau. Boah, Kradil. Hallo. Bitte achtet nicht auf den Schlamassel. Oh, hallo, ich bin ein reisender Fischer, der sich irgendwo niederlassen möchte. Jetzt, wo ich hier rumgekommen bin, möchte ich an einem entspannten Ort ein Fischhaus eröffnen. Der perfekte Ort, sagt ihr, na bitte, dann auf nach Mörs. Okay, das ist cool. Omas Essen ist super bestimmt, hat Sie geil geleert. Passt auf euch auf und übertreibt es nicht, ja? Es ist nicht gut, sich zu sehr unter Druck zu setzen. Dieses Regal ist besonders gut organisiert. Aha. Da können wir spielen, hab ich keine Lust. Was ist das denn? Die Feldfrüchte werden dieses Jahr gut. Und das ist meins, danke. Dem Korn geht es gut, wie immer. Die Legende vom magischen Erdrecht ist offenbar nicht frei erfunden. Und wenn du meinst, auf diesem kleinen Feld habe ich es selbst gesehen. Ich bin wirklich stolz. Danke. Guck mal einen an. 25 Kräuter halten. Wie kann man da denn hoch? Muss ich gleich mal gucken. Hier kann man nicht lang. Okay. Es sieht so aus, als wäre dort unten irgendwas hinterseits. Einerseits möchte ich es sehen, andererseits habe ich Angst, runterzuklettern. Ich muss auf dem Feld arbeiten, aber ich kann nicht, wegen der vielen Dornen. Können wir aber nicht kaputt machen oder so, ne? Hm. Und tauschen würde da wahrscheinlich auch nichts bringen. Dong. Ich will hier noch was Besonderes tun. Wir haben den Schatz aus unserer Kennerheit immer noch. Schöne Erinnerung. Ist gar nichts, nö. Ding, 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 ding. Ich mag die Musik. Hm. Hm, 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 hm. 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 Moragradil ist so friedlich. Man, 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 ich wieder. Hallo. Wollt ihr rasten? Joa. Schlaf gut. Einfach machen. Hallo. Äh, du hast nichts für mich. Hab ich schon alle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir unsere Eigentlichen haben. Toll. Egal, hat er es mit den Moränen wirklich gut hinbekommen. Die Wächterinsel liegt im Südosten und mittelbar daneben. Errackt ein geheimnisvoller Turm aus dem Ozean. Joa. Okay, rausgehen kann ich nicht. Ja, rausgehen. Outdorun. Ich wollte jetzt mal gucken, was hier so ist, deswegen. So. Ob wir noch irgendwas haben. Unsere Vorräte sind ganz gut. Okay. Ich soll diese Blätter alle auf dem Haufen zweigeschütten für das Feuer. Mach' ich für dich. Baum, 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 baum. Ups. Hey, ihr habt das geschafft. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr könnt das hier haben. Die Regenbogen-Schnecke. Ich hab' immer noch echt keinen Schimmer, wofür die sind, ne? Dim, dim, dim. Das ist dieser Baum. Hallo. Hey. Dem Korn geht es gut, wie immer. Ach so. Din, din, din. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr kreierte Sonnenbünde seid. Es fühlt sich so an, als wird ihr gerade erst hierher gekommen. Din, din. Ah, ja. So komm ich ja hin. Notenbad Nummer 1 gefunden. Okay. Hallo. Neue Noten? Ei, hier, her damit. ... Aufwärts. Natürlich kann sie es aktivieren, ne? Gehört sich auch so. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hallo. Hey, schön euch zwei zu sehen. Geht es euch gut, da draußen in der Welt? Hier war aber sonst gar nichts, ne? Hallo. Seid ihr von hier fort? Ist das hier irgendwie leer? Grundlagen ist nie. Was war das wieder? Okay, hier ist sonst gar nichts, ne? Nö, schon mal nicht. Okay. Nur ein paar alte Bücher. Okay. Mir scheint halt echt nichts zu sein mehr. Hm. Hallo. Alina und Burra was? Sie waren immer so nett. Nee, ich weiß nicht, was ihr davon halten sollt. Oder was ich davon halten soll. Hm, hm, hm. Wie? Nee, hier ist sonst gar nichts mehr. Den, 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 den. Hm, 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 hm. Immerhin ins Büro, verschlossen. Klar, es ist verschlossen. Man hätte auch was anderes erwartet, ne? Hm, hm, hm. Okay. Abwärts. Abwärts. Bup. So. Dann. Heißt das? War das dann? Ding, ding, ding. Dun, 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 du, bu, 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 bu. Aber weiterlaufen. Ist ja das gute, dass wir nichts brauchen müssen hier mehr. Ich glaube, sonst war ich auch nichts. Nichts. Gar nichts. Danke. ich will jemanden besuchen hallo augen schließen und die prüfung des ältesten des lebens beginnen haben wir doch schon ich habe also gar nicht da wie es aussieht und das haben wir nur da eine prüfung ich glaube hier war aber sonst nichts weiter ich geh mal kurz rein man muss die noch mal machen ne aber das ist einfach zu ende ich weiß es nicht egal wir gehen hier wieder raus boink boink so ich kann ja trotzdem nochmal den weg hier lang gehen jetzt will er doch kämpfen den den und tschüss er hat uns auch angegriffen und ich wollte gar nicht kämpfen und da konnte man hier lang ja hier das ist das was ich gesehen habe was könnte das sein das war das nämlich war ich hier überall schon eigentlich ne aber jo weee also hier sind wir ja so rüber gekommen ne genau ach dass ich jetzt das soll ne leiter ist tschüss man klappt nicht immer sonnerrang ist das mhm treff ich ja alle und tschüss weg waren sie sie haben mich doch angegriffen ich habe nichts gemacht nee hey sucht hier etwas Bestimmtes ach ja ich hätte ja auch noch was hm äh weg damit ok Rezept hat mir schon hm hm wem haben wir das oink gibt ja hier wohl noch Abkürzung was war da eigentlich nochmal Aber so ein anderer Weg, ne? Wo kann man hier lang gehen? Ich weiß die Wege gar nicht mehr, wo es wo war. Okay, dumm ist wie ... Bäm bäm bäm, hier war geil drin, ach schade, ich dachte man könnte aber nicht springen. Ich glaube ich nehme mir Umweg, obwohl ich auch anders lang kann. Egal. Was war hier? Achso, hier sind wir hochgeklettert. Um da hochzukommen. Stimmt ja. Stimmt ja. Wieder auch mal einen anderen Weg nehmen können, ne? Wollte nur gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Deswegen bin ich den ganzen Weg jetzt hier runter gerannt. Ja. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir da jetzt rüber segeln, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sea of Stars. Bis dann, tschau tschau.